Ich liebe knifflige Herausforderungen und Rätsel. Ich kann nicht aufhören, bis ich die richtige Lösung gefunden habe. Mein Name ist Yusuf und ich bin ein Netty. Wenn bei uns ein Fall ankommt, ist es meistens nicht mit einem Klick getan. In unserem Team im Problem Management and Second Level Maintenance bearbeiten wir Probleme in letzter Instanz. Wir sind also die Experten in Sachen Fehlerbehebung. Die strukturiert arbeiten. Wir vernetzen unsere Kunden mit der ganzen Welt, arbeiten an riesigen Netzwerkstrukturen und Unmengen von Bits und Bytes. Es sind Skills in Soft- und Hardware gefragt. Wir sind mitverantwortlich für die Konfiguration unserer Produkte sowie die Einführung neuer Tools und Systeme. Ein starkes Team mit klaren Köpfen, auf das man sich verlassen kann, ist dabei das A und O. Wir sind Profis und ein Team mit Herz und Verstand.